Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start an diesen sonnigen Tag. Gucken wir uns mal an. Bitcoin hatte die 21.000er Marke gestern gebrochen. Wir waren in den 20.000er Bereichen, ist jetzt wieder drüber gegangen, zeigt hier ein bisschen Stärke. Es soll ein Angriff auf Tether stattfinden. Seit Wochen jetzt schon sollen Hedgefondsmanager Tether versuchen zu dumpen und den Patch zum einen Dollar zu brechen. Der gesamte Kryptomarkt ist aber recht verhalten. Die Altcoins sind hier leicht im Minus, während Bitcoin steigt. Ich war vorhin hier am Scrollen und habe gedacht, was ist das denn? Welcher Coin macht denn in den letzten 24 Stunden hier fast 100% und in den letzten 7 Tagen 540%, 530%? Tera Classic USD. Sag mal, wollen die mich veräppeln? Ich meine, wer... Der war ja die ganze Zeit bei einem Dollar, ist dann richtig schön eingesackt. Ihr kennt die Story von US... Ähm, die UST. Und, ähm... Wie? Ich verstehe es nicht, wie noch irgendwelche Leute Vertrauen auf dieses Netzwerk haben. Do Kwon steht unter Anzeige in Korea. Ja, den Mitarbeitern wird verboten, äh, auseinanderzureisen. Und jetzt kommen noch irgendwelche und pumpen das Ding hoch. Ich weiß... Also, das sind so Momente, wo man anfängt zu verzweifeln innerlich, ne? Wo man denkt, das hat doch nichts mehr mit Investieren oder Trading zu tun. Das ist doch nur noch... Soll man es Dummheit nennen? Ich weiß es nicht. Also, das ist ja wirklich... Ich finde da keine Worte zu, ohne beleidigend zu werden. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn Leute einfach ihr Geld in einen Schredder reintun möchten, dann... Ja, dann sollen sie das machen, ne? Ich kann es auf jeden Fall niemandem empfehlen. Es gab auch leichte Skandale im Goldbereich. Ähm, warum sich einige Goldanleger jetzt fürchten, dass der Preis komplett in den Keller gehen könnte und das Gold jetzt nicht mehr so ein guter Inflations-Hedge sein soll. Äh, gibt es einige Ähm, Ängste auf dem Markt, aber das ist auch nicht so dramatisch. Das schauen wir uns am Ende des Videos noch einmal an. Ich habe da einige Daten rausgesucht dazu. Vorab aber, liken dieses Video, wenn ihr mögt, was ihr seht, Leute. Und unterstützt diesen Channel beim Wachstum. Okay, was macht der Fear and Grid Index? Wir sind wieder auf 10 runtergesagt. Klar, wir haben diese 21.000er Marke gebrochen. Jetzt haben alle wieder Angst und das Ding geht wieder nach unten. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Der Sentiment scheint immer noch sehr, sehr negativ gelaunt zu sein. Ich denke, wir sind langsam in einer Phase, wo wir die höchste Zeitspann hatten, wo wir uns hier unten bei Extreme View aufhalten. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon weg, aber das können wir uns in den nächsten Tagen noch einmal betrachten. Gucken wir uns mal an. Ähm, das ging hier natürlich durch alle Medien, dass der SEC, also der SEC-Chairman Gary Gensler behauptet haben soll, dass er Bitcoin als einzige Kryptowährung sieht, die als Rohstoff durchgehen kann. Das stimmt so nicht. Johnny Deaton, äh, ein Anwalt, der müsste es ja wissen, der hat genau hier dargestellt, was er gesagt hat. Er hat hier gesagt, that's not what he said. Also das ist nicht, was er gesagt hat. Er hat hier gesagt, Bitcoin ist der einzige Coin, wo er sich vorstellen kann, direkt heraus zu sagen, es wäre keine Security, also es wäre kein Wertpapier. Aber er hat absolut Unrecht damit. Ein Gericht entscheidet, was eine Security ist oder nicht, also was ein Wertpapier ist oder nicht und nicht ein karrierebürokratischer, alter Sack, kann man so sagen. Ähm, ja, abwarten, das wurde jetzt extrem gehypt. Alle Bitcoin-Maxis sind natürlich durchgedreht. Ja, guck mal hier, wir sind die einzigen, die gerettet sind. Aber ja, letztendlich, ähm, haben viele Bitcoin-Maxis auch recht. Ich meine, wie soll Bitcoin eine Wertpapier sein, wenn es keine Firma dahinter gibt, wenn es von einem Netzwerk von Minern und von Notbetreibern weltweit betrieben wird, schwer, das irgendwie als Wertpapier zu sehen oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise da ranzugehen, um es als Wertpapier geltend zu machen. Was ist das? Traditionelle Hedgefonds sollen einen Angriff auf USDT starten, der CTO hat hier auch gesagt gehabt, dass sie versucht haben, den Patch zu lösen. Also es sollen Milliarden eingekauft worden sein an USDT und die sollen die ganze Zeit jetzt gedumpt werden und gedumpt werden und gedumpt werden und dadurch ist das so schwer für Tether, jetzt diesen 1-Dollar-Patch aufrecht zu erhalten. Aber er sagt hier auch, sie haben es nicht geschafft, es hätte keine Bank der Welt geschafft, das, was wir jetzt bewerkstelligt haben. und wir werden weiterhin unser Bestes geben, um das Tether-Netzwerk aufrecht zu erhalten. Und es gibt gerade so eine richtig starke Ford-Kampagne, sagt er auch, wo versucht wird, Tether jetzt komplett niederzureden und schlecht zu machen. Ich habe da auch meine Bedenken, was Tether angeht, aber muss man jetzt versuchen, auf so eine Art und Weise, auf so eine dreckige Art und Weise, den Kryptomarkt kaputt zu machen, weil ihr wisst, was passieren kann. Wenn Tether in den Bach runtergeht, dann geht der gesamte Kryptomarkt in den Bach runter. Alles stützt sich zur Zeit auf diesen stärksten Stablecoin. Wie viele Kryptowährungen werden damit gekauft? Wie vieles kann nur mit Tether gekauft werden? Jetzt stellt euch mal vor, Tether kollabiert. Was passiert dann auf diesem Markt? Es wird so viel Liquidität herausfließen, dass das wirklich zur Kollabierung des Marktes führen würde. Darum vorsichtig mit dem, was man sich wünscht. Weil viele sagen immer, ich will das Tether weg, ist weg damit. Wir würden uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn Tether jetzt auf so eine Art und Weise komplett verschwinden würde oder kollabieren würde oder sein Patch verliert, wie der UST bei Luna. Darum immer ganz vorsichtig sein, was man sich wünscht, Leute. Okay, was ist hier los? Cardano hat hier wieder einen wichtigen Meilenstein erreicht, der den Durchsatz des Netzwerkes erhöhen soll mit dem Upgrade zu Vessel bzw. dem Hardfork. Mit der Veröffentlichung von Note 1.3 5.0 wurde nun ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem Upgrade zurückgelegt. Und der nächste Schritt ist die Vorbereitung auf die Freigabe des Cardano Testnetts. Es geht also in die richtige Richtung, Leute. Mal sehen, was mit Cardano passieren wird. Ich denke mal, in den Wochen davor, vor diesem Upgrade, sollte nochmal ein starker Pump kommen. Denn so ist es öftermals, wenn ein Hardfork passiert oder wenn so ein starker Upgrade kommt, dass eine Kryptowährung davor nochmal anfängt, schön zu pumpen. Schauen wir mal, ob das jetzt kommt oder nicht in so einer Bärenmarktphase, in der wir uns befinden. Was ich hier interessant fand, ist Bitcoin. Das Signal, auf das alle gewartet haben. Also wenn der Preis nach oben geht, dann ist es natürlich so, dass richtig viele Prominente kommen und sagen, ja, hey, wir setzen drauf. Und jetzt, wenn der Preis unten ist, wartet man natürlich auf extrem negative News. Und diese extrem negativen News bedeutet man dann als Signal. Bitcoin und Kryptos generell funktionieren nur aufgrund der Greater Fool Theorie, behauptete hier Bill Gates. Soll heißen, wer kauft, kauft nur, weil er hofft, dass es einen größeren Dummkopf gibt, der einem zu noch höheren Preisen ein wertloses Gut abnimmt. Das ist halt natürlich Quatsch. Bill Gates hängt da wahrscheinlich ein bisschen noch in der Vergangenheit. Es gibt genug Kryptowährungen, die bringen wahrhaftige Anwendungen. Die arbeiten mit Regierungen zusammen, die arbeiten mit milliardenschweren Firmen zusammen. Und ja, generell kann er das eigentlich sagen, weil ich der Meinung bin, dass über 99% der Kryptos verschwinden werden. Aber dieser kleine Anteil, von dem er hier halt nicht spricht, die werden behaftige Anwendungen bringen. Und darauf sollten wir uns eher konzentrieren und nicht auf diese spekulativen Kryptowährungen, die Bill Gates hier anspricht. Das fand ich hier sehr, sehr interessant, Leute. Und das geht wirklich weiter in diese Richtung, dass wir eine, dass die BRIC und beziehungsweise einige weitere Staaten eine Front gegen den Westen setzen. Denn jetzt will Argentinien und Iran den BRIC-Staaten beitreten. Und das sind zwei Länder, die sehr unter den US-Sanktionen leiden, beziehungsweise auch den EU-Sanktionen. Guckt euch Iran an. Was ist da passiert? Die haben eine enorm hohe Inflation. Venezuela, Venezuela würde ich schon sagen, Argentinien, genau das Gleiche, sanktioniert auch von den USA. Sehr, sehr hohe Inflation dadurch. Und die möchten diese Abhängigkeit zum Westen einfach verlieren und richten sich jetzt an die BRIC-Staaten. Und es geht immer weiter in diese Richtung. Also in den BRIC-Staaten sind zwei Staaten, beziehungsweise zwei Länder mit Indien und China, wo geschmunkelt wird und wo behauptet wird, dass sie eventuell den Dollar als Reservewährung ablösen werden, beziehungsweise dass ihre Landeswährung den Dollar als Reservewährung in naher Zukunft ablösen können. Und müssen wir abwarten. Müssen wir abwarten, in welche Richtung das geht. Sieht mir wirklich danach aus, als ob sich hier eine extrem starke neue Front gegen den Westen aufbaut. Aber hey, wer kann es ihnen übel nehmen? Ich kann es auch alle Male verstehen. Die wurden lang genug vom Westen unterdrückt. Und jetzt ist anscheinend ihre Zeit gekommen. Jetzt möchten sie auch mal ein bisschen blühen und was vom Kuchen abhaben. Gucken wir mal. Wie es uns hier gehen wird dabei, ist fraglich. Es ist sehr, sehr fraglich. Gucken wir uns mal an. Der Monat schließt jetzt bald ab. Wir haben es nicht mehr lange und wir haben eine riesen, riesen rote Kerze hier gebildet. Das Volumen ist gut gefallen. Wir sind jetzt dabei, einen Reversal zu starten. Mal sehen, in der Vergangenheit war das immer so, dass wir nach so einem großen, großen Candlestick mit einem großen Candlebody auch hier immer den Tiefpunkt erreicht haben. Wir haben immer einen leichten Rounded Bottom gebildet. Auch hier wollen wir mal sehen, ob sich das die nächsten zwei, drei Monate so weiter vorzieht und dann der nächste Run kommt. Oder ob wir hier noch einen stärkeren Einbrecher sehen in die 10, 14 Tausender Bereiche. Das wäre natürlich jetzt zum ersten Mal so und es wäre neu, denn in der Vergangenheit waren das immer wieder die Bereiche, wo wir einen Rounded Bottom gebildet haben. Gucken wir mal, müssen wir abwarten. Wir haben noch Potenzial nach unten. Was war hier bei Gold los? Es wird jetzt immer mehr und immer mehr gesagt, ja, verlieren wir am Wert. Uganda soll 320.000 Tonnen an Goldreserven gefunden haben. Nur um als Vergleich hier die gesamte geförderte Menge an Gold weltweit bis dato betrug 205.000 Tonnen. 205.000 Tonnen wurden bis jetzt weltweit gefördert und es wurde geschätzt, dass ungefähr noch 50.000 Tonnen sich unter der Erde befinden würden. Und auf diese 50.000 Tonnen, die man geschätzt hat, die es noch unter der Erde gibt, wurde halt der Preis mit kalkuliert. Jetzt kommt Uganda und sagt, hey, es wurden weltweit zwar bis jetzt 205.000 Tonnen Gold gefunden und gefördert, aber wir haben hier jetzt unter der Erde bei uns 320.000 Tonnen gefunden. Das würde natürlich den Goldpreis extrem in den Keller drücken, das befürchten natürlich einige, aber die Aussagekraft dieser Befunde wird natürlich extrem stark angezweifelt, warum es in den großen Hauptmedien noch nicht durchgekommen ist. Es wird wahrscheinlich erstmal geprüft. Es wird halt behauptet, dass wesentlich, wesentlich weniger gefunden wird als das, was sie da angegeben haben. Deshalb abwarten und der Goldpreis, der hat sich hier halt nicht wirklich negativ bewegt, deshalb, also es juckt den Markt nicht wirklich. und auch wenn, wenn sie so viel Gold gefunden hätten, braucht es einige Zeit, bis man das abbaut. Man kann nicht einfach jetzt 320.000 Tonnen von heute auf morgen in den Markt schütten. Es braucht sehr, sehr viel Zeit. Gold ist sehr, sehr aufwendig zu schürfen und am Ende der ganze Transport, all diese ganzen Geschichten, die da mit drinstecken. Es braucht Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Darum glaube ich auch nicht, dass es den Goldpreis extrem stark inflationieren wird. Aber gut, gucken wir uns mal an. Der Markt entwickelt sich gerade positiv. China geht einfach nach vorne. Das ist der CSI 300 Index aus China. Schaut euch das mal an, wie schön steil es nach oben geht. Und das wird eventuell ein Katalyst sein, meines Erachtens nach. Die chinesische Wirtschaft, wenn sie boomt, wird die ganze Weltwirtschaft mit angezogen werden. Japan zieht mit, ist auch wieder weit nach oben. Der DAX, was macht der DAX? Der DAX öffnet heute wieder ein bisschen positiv. Gestern haben wir ja so schön positiv geöffnet gehabt und sind auch so weit herunter gerasselt. Heute öffnen wir auch wieder ein Plus und sind in Richtung hoch. Aber mal sehen, wie sich das Ganze bewegen wird. Der Dow Jones gestern auch wieder leicht in Rot gegangen und der S&P 500 auch. Gucken wir uns mal an, was der US-Dollar-Index macht und das ist etwas, was in die richtige Richtung geht. Wir fallen. Wir haben hier die 70,2 für Benatio Tracement und Angeteste sind durchgebrochen. Es geht aber leicht wieder hoch. Oh, 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 schaut mal. Es war gerade im Grün, habt ihr es gesehen? Jetzt wieder leicht im Rot. Mal sehen, in welche Richtung das geht. Wenn das hier natürlich wieder nach oben geht, es wechselt wieder auf Grün. Oh mein Gott, wir sind live dabei bei einer Price Action. Gucken wir mal. Sollte nicht wieder allzu hoch gehen. Geht es hoch, werden wir hier in der Börse wieder einen Einbrecher sehen und auch bei Bitcoin abwarten, Tee trinken. Wir werden sehen, was kommt. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.